wenn ich wieder neu machen sie wollte eigentlich das spiel nur durch haben und jetzt muss ich in dem mini spiel so perfekt arbeiten das ist einfach null läuft und ich muss gleich noch schneller machen auch digger ist das ich weiß nicht wie man so auch so geile ideen kommt nach dem motto ach ach easy going man easy going master locker flockig ich habe ja sonst nichts zu tun weil ich das war eigentlich genau richtig eigentlich war komplett richtig jungs danke ich drücke start er sagt touchpad nein nichts touchpad option taste und zwar sofort habe ich keinen bock mehr ist das schlecht alter klar sagst du mir auch hast du nicht doch habe ich das ist kacke mission das ist einfach eine drecks mission lass mich doch einfach nur mal kämpfen habe ich sowieso noch 1000 quests vor mir ne stattdessen mache ich das hier ja nette abwechslung hast du recht toll schön wo spaß des spaß meines lebens ok kollega wo bin ich da durch geflutscht digger das war perfekt alter das heißt ich muss da jetzt wieder hoch wieder perfekt getimt springen guckt läuft auch schon wieder nicht so kleine hast du kannst du kannst du kannst du musst jeden sprung exakt richtig haben und dass du wirklich alles so ein bisschen korrigieren ist ja kein problem so wenn einer ist so kein ding du musst ja alle haben alle müssen genau richtig sein und es gibt exakt nur so viele wie da sind nicht mehr ordentlich weniger weil ist ja rang du musst ja arbeiten können wieder zwei wo habe ich zwei nicht getroffen digger naja ich meine so kein ding kein thema wirklich es war schlecht er ist ja gut da wollte ich na gut und jetzt go let's go let's go let's go digger ich muss hoch sind der muss hoch der muss hoch leute der muss oben sei der muss hoch sein habe leider keine wahl der muss oben sein oder getroffen getroffen hab ich stehen was für nene du ich bin nach voll reingetreten ich bin da übel drin gewesen nein natürlich nicht warum auch warum auch warum auch warum auch warum auch warum auch wieso kann man mir auch nicht helfen indem man einfach gg macht nene ist ja viel cooler wenn man einfach so macht einfach behindert sein digger 50 50 50 noch ich checks nicht wie kann man sie nur auf so eine behinderte aufgabe kommen und sowas soll spaß machen vor allem der sagt mir einfach auch du hast aber kein erwischt wie ich habe keinen von denen erwischt in was für einer welt lebst du hatte ich auch alle getroffen aber restlos alle zeit abgelaufen obwohl dicker zeit abgelaufen er sagt zeit abgelaufen obwohl ich achse absolut perfekt in den kreis drin war und naruto nicht komplett reingesprungen ist mama mia wir versuchen es einfach so lang wir müssen uns jetzt schein aber schein aber ich habe ja eh nichts zu tun muss ja dieses drecks level einfach so lang er sagt direkt beim ersten nene sagt direkt beim ersten nene auch wieder drei stück angeblich nicht getroffen direkt beim ersten verkackt deine mutter ist das verkackt da geschehen gekriegt digger hundert mal weil ich ja drin er sagt einfach nie war nicht dann ja 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 die junge ist mich verarschen oder was das ist hammer du musst wirklich jeden einzelnen exakt treffen das ist so schlecht sind 21 und die musik exakt treffen weil die behindert sind die leute habe ich getroffen habe ich getroffen kannst sagen was du willst aber sorry millimeter der war der war so und der spiel sagt einfach nur war nicht meine mutter war so nicht was das schlechte jetzt mal joke das macht keinen spaß exakt 21 exakt 100 sekunden zeit exakt keine fehler sorry sowas macht das macht keinen spaß sowas macht keinen spaß da gibt doch wenigstens genug dass man irgendwie auch nicht jedes ziel treffen muss einfach so auch der spieler zu bemüht ist alles gut nene hier absolutes perfektionsmaß und da kommt sowas boah ich hab keinen bock mehr ich hasse ich hasse so welche levels wieder nicht alle geschafft wieder nicht alle es wird auch nichts weil die auch geistig behindert sind die leute ich habe keine ahnung ob das gezählt ist mir auch scheißegal mittlerweile manchmal ist er zu niedrig dann ist er wieder zu hoch und dann ist er zu niedrig und dann ist er wieder zu hoch die garner route entscheide ich doch mal was willst du hoch niedrig unten oben links rechts macht doch einfach so wie ich das gerade auch will das irgendwie alles fantastisch oder nicht verstehe ich absolut nicht warum das so unglaublich schwierig ist ist doch nur so gg2 fertig nein war eine gute idee weil nur durchgecheatet nicht funkt nicht möglich guck da ist da ist niedrig das ganz plötzlich ist dazu niedrig ganz ganz plötzlich nur ich check das system level einfach 0 und es macht auch nicht wirklich den den spaß den es sollte es einfach nur frustrierend langweilig und übelst kacke du bist du bist du bist hundertmal in diesem ring hundertmal bist du in diesem ring und das spiel sagt so ne bist du nicht die gar 100 mal im ring 100 mal im ring und er sagt einfach nö digga wie hart willst du im ring sein guck und hier ist zu niedrig hier ist zu niedrig der war genau uuuhh perfekt da ist zu niedrig beim anderen viel zu hoch und dann exakt 120 und dann habe ich gleich noch viel weniger zeit ich schaffe das noch nicht mal in der normalen time halt die fresse doch das mikrofon so wo habe ich kein wort mehr ohne witz ich habe da keinen bock drauf ich will das spiel doch einfach nur durch haben lasst mich kämpfen verdammt noch mal und nicht so behinderte drecks mission machen alter baum klettern kein problem irgendwelche missfiecher einholen kein problem einfangen no problem das hier katastrophe was hat das überhaupt zu tun meine güte guck zu niedrig das war zu niedrig alles andere oh perfekt digga guck auch zu niedrig hause ist das zu niedrig gewesen digga deine mutter ist zu niedrig gewesen äh boah ist das ein kotz game alter ich sag ganz ehrlich da habe ich übelst keinen bock mehr drauf auch wieder nicht klappen doch hat geklappt aber echt mal alle gestern äh gegönnt das wird nicht klappen weil zu hoch digga erster klappt nie zweiter extra line so also doch behindert wir haben geistige störung perfekt gegen den Vailer wie viel spaß habe ich überhaupt keinen absolut gar keinen mehr zu niedrig zu oben zu niedrig zu oben auch keine ahnung ohne witz jungs jetzt mal no fucking joke du hast ja die du hast das ding da dann mache ich so macht dann so ein bisschen okay das wird oben gucke dann wie groß ist naruto et cetera misst das ab denke sogar lese sogar noch die zahlen hier ab wind wie ein scharfschützer mache ich das reicht trotzdem nicht es klappt trotzdem nicht weil das behindert ist und dann sagt mir das spiel bruder dann sagt mir der spiel bruder 73 von 120 73 von 120 wie kann man bitteschön so absolut beschissen in sein dass man sowas macht jetzt mal noch unter diesem kack musik die geht mir jetzt gerade so hat auf die nerven sich tut man hätte jetzt gerade weg weil das mich so aufregt du kannst doch nicht so eine drecksmission machen usa rang ich scheiß auf rang alter so was kannst du nicht machen ende du kannst nicht 120 ringe die du exakt haben muss ja die kleinen sind natürlich doppelt ja so bringt mir aber alles nichts weil alles trotzdem 120 sein müssen das ist ja der kack einfach das ding wenigstens irgendwie fair wäre und sagen würde alles klar wir machen so und so no thema aber wo ist das spiel hier fair guck zu niedrig war sofort gefickt sofort zu niedrig immerhin habe ich ein noch mit dem habe ich das spiel hasst mein leben ohne witz das spiel weiß alles klar sein leben ist so scheiße das wird nicht da vollkommen recht mein leben ist absolut katastrophal spiele ich auch in naruto und machen wir machen so ein drecks level wahrscheinlich das war der hauptgrund warum ich das spiel nicht jetzt plädter aber ich daran erinnert habe dass das so ein scheiß level hat du kannst nicht in diesem winkel exakt arbeiten egal wie kann ich hier bitteschön genau dazwischen fallen junge gibt gönnt mir doch gönnt mir doch einfach mal diese kacke hier ohne witz können wir nicht können die nicht die können einfach nichts und dann das ja dann sowas direkt vor deine fresse so was dann gibt es noch dein bestes netter versuch man zeigt ihr das spiel direkt in die fresse was es von dir hält wo ist das ein kacke einfach nur noch dass sowas macht mich fertig sowas macht mich einfach nur noch fertig und sauer da spielt er eigentlich so coole sachen habe ich ein ja auch getroffen sagte mir einfach zu niedrig klar sicher aber wir sonst nichts zu tun in meinem leben ja ich sehe es schon mit der zeit abgelaufen dieses level ohne witz weiß ich nicht also 120 plus alles kacke bin ich mir nicht sicher ob das wirklich das ist was es sein soll wenn ich ganz ehrlich also zudem auch noch das problem ist ich muss das ding hier aber schaffen weil sonst kann ich alle anderen vergessen ja und dann ist auch wieder gg dann gg feierabend weil ja kennt man halt natürlich niedrig 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 macht doch mal höher alter da ist plötzlich ganz ganz plötzlich zu niedrig da ist ganz 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 merkwürdig zu niedrig einfach macht leider absolut keinen sinn wie gesagt die zahlen machen keinen sinn und das macht sowieso überhaupt keinen sinn es macht es macht keinen sinn nicht einfach perfekt absolut perfekt durch den ring aber spiel akzeptiert einfach nicht und das macht mich absolut traurig zumal es auch einfach keinen spaß macht ich weiß wenn man die finger da berührt geht man gar keine punkte wenn man diese dreifache ringe da erwischt dann kriegt man wenigstens dreifach punkte sogar und da kommen wir dann zu der frage braucht wohl doch nicht alle ringe aber halt die hier zum beispiel geben nur ein und die kleineren geben bis zu drei das echt toll ist und schon haben wir 78 willst du mich verarschen es geht ihm 84 weiß ich nicht vielleicht hätten wir da vorne geschafft wir müssen halt perfekt getimete sprünge die perfekt ab perfekt sind wenn ich das irgendwie schaffe wird die zwei habe ich noch genommen es ist es ist es ist immer der erste es ist immer der erste den ich nicht schaffe immer der erste denn der nicht klappt die komplett geistig behindert sind weil du den auch nicht so biegen kannst wie er uns gerade einfach unfassbar göttlich helfen könnte kann sie nur so behindert und dann bleibt naruto auch noch so ewig liegen die time reist komplett durch niedrig niedrig das war so geil niedrig es war unfassbar niedrige das spiel sagt der war nicht niedrig genug er war jetzt zu niedrig digga wie kacke willst du das machen es ist immer der erste es ist immer der erste du times wirklich absolut gottgleich nur damit der spiel sagt nene ist zu niedrig der war nicht niedrig der war genau perfekt du akzeptiert es nur nicht dass er perfekt war meine was könnte ich kotzen bei so welchen games alter eigentlich alle getroffen absolut göttlich alle getroffen aber spiel sagt sich so nene 0 0 net getroffen naja der war nicht schlecht gewesen aber ich glaube ich nicht versuchen so kriegen das sind 85 wir haben es wieder nicht geschafft wir haben es wieder nicht geschafft weißt du was leute ich gucke mir jetzt ein video an ich habe keinen bock darauf mehr ohne witz keine ahnung ich verzeifel da komplett dran ich time absolut gottgleich richtig sorry für die übertreibung aber es stimmt einfach hundertprozentig und er sagt mir einfach nie ist nicht geteilt richtig obwohl es einfach super ist du bist in den ring drin sagt der nene bist aber nicht komplett dran aber mehr als korrekt perfekt kann ich nicht es muss halt leider auch ein spiel akzeptieren m 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 meine freunde jetzt machen wir es leider auf einem weg den ich nicht toll finde wir werden es jetzt exakt so machen wie der typ der das da macht ich würde sagen ja gut die ersten 23 die kriege sie locker eigentlich selber hin aber ob den nächsten ist dann schon wieder schluss ich mag sowas nicht wenn ich ganz ehrlich ich mag sowas absolut nicht spiel sogar für die xbox ok ein bisschen höher gemacht so 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 ja ich hab's ich hab's versucht ich wollte gerne das spiel jetzt heute in diesem moment durch spielen aber ich merke einfach das spiel sagt einfach so no chance in dem moment für mich natürlich absolut katastrophe weil ja ich hätte es wie gesagt super gerne durchgespielt aber ihr seht es ja gerade selber ja hier 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Meine Freunde, da kommen wir in einem Moment. Was? 80 Sekunden. 80 Sekunden. 80 Sekunden. Digger. Warum macht man so etwas? Was? Wieso ist man so psychisch krank? Alter. Dass ich das jetzt gerade geschafft habe, ist so ein Schritt glatt gewesen. Und jetzt sagt der einfach, oh, weißt du was? Du hast 100 Sekunden. Schaffst du auch mal in 20? Oder in 1,18? Digger, in welchem Leben? In was für einem Leben? Wobei, den kriege ich mittlerweile echt ziemlich gut hin. Wollte hochspringen, aber hat er nicht akzeptiert. Nicht mehr schade. Okay. Scheiße. Aber wir haben keine Zeit mehr. Den haben wir jetzt gerade richtig gut genommen. Die hätten wir eigentlich ziemlich gut nehmen können. Ja. Ich hab kein Bock mehr.